So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von 1889FM, dem SSV-Jahren-Fan-Podcast. Ich bin der Robert, bei mir ist der Philipp, habe die Ehre. Servus Robert. Wie geht's deinem Jahrenherzen? Ja, im Jahrenherzen geht's nicht gut. Und das, glaube ich, sollte klar sein. Ja, dafür haben wir zu wenig Punkte geholt die letzten Wochen. Ja, ich weiß auch nicht. Meine Gefühlslage ist wirklich beschissen. Mittlerweile bin ich, glaube ich, auch wieder bei Akzeptanz angelangt, bei dieser Trauerphase. Aber so schlecht wie am Samstag ging's mir schon lange nicht mehr. Und das hat mir, glaube ich, jeder, der meine Discord-Nachrichten gelesen hat, hat das, glaube ich, auch miterlebt, dass es mir wirklich schlecht ging. Und mir ging's auch sonntags schlecht. Und eigentlich wollte ich Fußball nicht mehr so emotional an mich ranlassen. Aber, ja, es fühlt sich so ein bisschen an wie der Abstieg, obwohl wir auf Platz 3 stehen. Ich weiß auch nicht. Und wenn ich mir die Interviews von den Spielern angeschaut habe, würde ich sagen, Hut geht's genauso. Weil ich habe mir eigentlich wirklich jetzt zwei Tage überlegt, was sage ich in dem Podcast. Habe auch schon ein bisschen Schweißausbrüche gehabt, was sich in diesem Podcast sagt und wie man damit umgehen soll. Weil am liebsten würde der Robert in mir jetzt lospoltern und eine halbe Stunde lang Menschen beschimpfen. Aber ich habe dieses Hut-Interview gesehen und der Typ hat halt einfach beinahe geweint. Deswegen würde ich die Folge wahrscheinlich auch Mental Breakdown nennen. Weil so geht's mir gerade auch eher den Tränen nahe als dem Wut. Und ich bin froh über die Länderspielpause. Und jetzt müssen wir in dieser Folge besprechen, wie wir das wieder umwegen, Philipp. Ja, ich bin auf jeden Fall auch in eine Akzeptanz angekommen. Eher so eine Art frustrierte Akzeptanz. Aber ich bin trotzdem noch frustriert. Und aber ich glaube auch, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, es heißt da eigentlich immer so emotionale Distanz. Bei mir ist es genau das Gegenteil. Wenn ich im Stadion bin, dann kann ich mich zwar furchtbar aufregen, aber dann akzeptiere ich das viel früher. Also vor allem, ich war halt auch in Lübeck und der Sonntag war ein schöner Tag. Also ich glaube, daheim hätte ich mich viel mehr fertig gemacht, das ganze Wochenende war im Arsch. Aber wenn du halt jetzt schon mal so weit gefahren bist, dann lässt du es dir jetzt auch nicht davon komplett vermiesen. Reicht schon, wenn der Samstag Nachmittag vermiesst ist. Ja, und mal von dem Emotionalen am Spieltag abgesehen, glaube ich, dass Akzeptanz schon auch bedeutet, zumindest bei mir, dass man sich vor Augen führt, hey, wir haben eine riesen Hinrunde gespielt, mit der keiner rechnen konnte. Natürlich hat das Erwartungen geweckt, bei jedem Einzelnen, vor allem auch, glaube ich, bei der Mannschaft. Vielleicht auch sogar intern in der Trainerkabine oder beim Achim, also die Zielsetzung, die nach außen gegeben wird und die Interviews und die Statements, die sie geben werden, heißt ja nicht, dass das nicht anders kommuniziert wurde, vielleicht in der Winterpause. Hey, ab jetzt ist unser Minimalziel Platz vier oder sonst irgendwas, kann ich mir schon vorstellen, aber das würdest du niemals nach außen geben. Weiß ich nicht, diese These haben wir jetzt schon seit fünf Jahren, 1889 FM, aber ich glaube schon, dass du es nicht einfach verbergen kannst nach außen, wie deine eigene Meinung ist. Weil man sieht es ja jetzt auch, wie teilweise Floskeln übernommen wurden, die, jetzt muss ich mir auf die Schulter klopfen, ich in die Welt gestreut habe. Ja, also das ist schon dann, also keine Ahnung, das ist dann schon, die meinen das schon so, wie sie es sagen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der Joe Endok so ein Mastermind ist und innen anders kommuniziert als außen. Also fast kein Trainer dieser Welt kann das, glaube ich, weil du dann immer wieder durchstichelst deinen Charakter. Du kannst deinen Charakter nur bedingt verändern. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass die außerhalb sagen, ja, schauen wir mal und intern sagen, jetzt müssen wir aber unbedingt auf Platz drei bleiben. Weil das hilft ja auch nicht bei der Glaubwürdigkeit bei deinen Spielern und bei deinem ganzen Umfeld. Also dieses jetzt müssen wir unbedingt aufsteigen, auf Platz drei bleiben, glaube ich auch nicht, weil das hat man ja auch, also da wollte ich mehr oder weniger raus. Dann hätte man anders agieren müssen in der Winterpause. Ich meine, du hast eine wahnsinnige Tragödie gehabt mit Agi, den hast du versucht zu ersetzen mit Tallick. Gut, dass sich der verletzt, das kann man halt nicht ahnen, also doch kann man schon ahnen, wenn man auf seine Verletzungshistorie schaut. Aber den Gamble verstehe ich noch, dass du da einnimmst, der eine hohe Prozentschance hat, dass er sich wieder verletzt. Aber trotzdem, wenn du auf die Breite von seinem Kader schaust, wenn du All-In gegangen wärst im Winter, hättest du Spieler geholt, die du einwechseln kannst, die nicht Graf, Bauer, Meier, Schmidt heißen. Also ohne Graf und Bauer vor allem, die recht viel gespielt haben, jetzt hier groß anzugreifen. Aber das ist halt niemand, von dem du erwarten kannst, einfach dem du ins Gesicht schauen kannst und erwarten kannst, hey, du drehst das Spiel jetzt hier. Also du kannst dich nicht böse sein, wenn er es nicht macht, das meine ich. Ja genau, aber du hast jetzt mich ja bestätigt, dass die Außenkommunikation auch die Innenkommunikation war. Ja, ja. Was war denn die Außenkommunikation von der Saison? Die war ja irgendwie Platz 10 oder sowas, glaube ich. Genau, Mittelfeld dabei, mitspielen. Aber ich meine, aus meiner Fußballer-Sicht und aus meiner persönlichen, ja, Menschensicht, darfst du keinen 12-Punkte-Vorsprung verspielen. Selbst als Jan darfst du das nicht. Und jetzt stehen wir hier und haben ihn verspielt. Aber das ist dann wieder Akzeptanz. Wir stehen jetzt hier und haben ihn verspielt und eigentlich musst du jetzt sagen, okay, jetzt geht's von vorne los. Und jetzt geht's von vorne los heißt halt auch, du kannst jetzt nicht jedes Spieltag sagen, hey, wir waren schon mal Erster. Also das... Genau, genau. Also ich will jetzt noch ein bisschen drüber rumjammern und am Ende der Folge reißen wir uns wieder zusammen. Ja. Aber sechs Spieltage, zwei Punkte. Wir haben, wir saßen nach dem Unterhaching-Spiel da und haben gesagt, wir müssen jetzt eigentlich nur punkten wie ein Zehnplatzierter und sind sicher aufgestiegen. Und punkten wie ein Zehnplatzierter hat sich ja so ein bisschen realistisch angefühlt. Jetzt haben wir aus sechs Spielen zwei Punkte, das ist schlechter als jeder Absteiger. Also wie schon gesagt, spätestens jetzt musst du dich zusammenreißen und du musst dich nicht nur zusammenreißen, wenn du aufsteigen willst, sondern ich finde, du musst dich auch zusammenreißen, wenn du irgendwie nächste Saison noch was reißen möchtest. Wie soll denn das nächste Jahr ausschauen, wenn du in der Rückrunde gespielt hast wie ein absoluter Absteiger? Also wenn du nicht in der Rückrundentabelle auf Platz, weiß ich nicht, 14 landest, dann ist ja eigentlich schon sauspär nächste Saison das Ruder rumzureißen. Also ich würde jetzt noch nicht, also es ist schwierig. Ja, wir haben jetzt die Länderspielpause, aber ich würde trotzdem noch ein Spiel abwarten, bevor ich den Fatalismus anwerfe in Sinne nächste Saison, weil, wie gesagt, also wie du es eingangs gesagt hast, wir sind trotzdem noch auf Platz drei. Und wenn du, also irgendwie musst du den Turnaround schaffen, aber wenn du jetzt die nächsten Spiele schaffst, dann kannst du schon noch drüber reden, hey, wir haben hier die Chance, dieses Jahr noch aufzusteigen. Es wird verdammt hart, weil wir haben ja auch echt teilweise Glück gebraucht, um manche Spiele zu gewinnen und ja, vielleicht werden wir das trotz, auch wenn wir den Bock umstoßen, Glück gesagt, werden wir jetzt nicht jedes Spiel Glück haben. Aber davon kannst du nicht ausgehen, dass du wieder eine Serie mit irgendwie acht Spielen in Folge, die du gewinnst, startest. Aber du hast die Chance, weil, wie man ja auch sieht, es sind gerade andere Mannschaften, die hier marschieren. Es ist nicht Dresden, es ist nicht der Jan, es ist teilweise nicht mal Ulm, sondern es ist gerade Münster, es war teilweise Sandhausen. Ja, Ulm hat auch dieses Jahr schon deutlich mehr gut gemacht als der Jan, aber es ist nicht so klar, wer in dieser Mannschaft, in dieser Liga gerade der Konkurrent ist, also um den direkten Aufstieg. Und am Ende nehmen sich schon auch alle ein bisschen gegenseitig Punkte weg und wir spielen gegen alle noch. Das sind jetzt ganz viele, viele Punkte, aber am Ende, wenn du es schaffst, aus dieser Negativspirale gerade ein bisschen rauszukommen, dann geht es eigentlich nur noch um eins, die direkten Duelle gewinnen. Wenn du von den Spielen gegen, Stand jetzt sind es vor allem Münster, Dresden und Ulm und davon zwei gewinnst, dann ist die Chance, dass du aufsteigst, glaube ich, schon ziemlich groß. Genau, aber... Egal wie, ob das Erste oder das Zweite oder, ja, Regulationsplatz ist kein Aufstieg, aber dann ist zumindest auch noch die Chance auf den Aufstieg. Also ich meine, Münster hat, glaube ich, in den letzten zehn Spielen keins verloren, davon nur drei Unentschieden oder sowas. Gegen die zu gewinnen wird, sagen wir mal, knackig. Und die Phase hatten wir auch, also weißt du schon, das sind alles Phasen. Die Phase hatte auch Dresden, die Phase hatte auch, ich weiß nicht, die sind bei Planhausen schon wieder vorbei, die habe ich jetzt nicht so verfolgt. Ich glaube, die haben jetzt die letzten Spiele auch nicht mehr so viel gerissen, wie sie Anfang dieses Jahres gerissen haben. Also das, die Liga ist schon eng. Was mir Angst macht, sind halt die letzten beiden Aussatzspiele, wo du gegen, meiner Meinung nach, also von der Tabelle her waren es, glaube ich, nur die zwei von den drei schlechtesten, nicht die komplett zwei schlechtesten. Aber von dem, was sie gespielt haben, weil wir haben auch gegen Duisburg gespielt, das haben wir gewonnen. Die waren aber deutlich besser. Also mich waren wirklich, ach und Freiburg ist auch noch, aber für mich waren Lübeck und Mannheim die zwei schlechtesten Mannschaften, die ich diese Saison aus Spielen habe sehen. Und gegen die hast du halt verloren, ohne Chance eigentlich. Ja genau, wenn du nicht mal gegen die gewinnst, gegen wen willst du in dieser Kartenliga sonst noch gewinnen? Genau, also da aus diesem, ja, aus diesem Mist, den du da spielst, musst du wieder raus und da musst du, glaube ich, als Trainerteam jetzt mal analysieren, wie kommst du da raus? Ähm, können wir gerne auch mal ein bisschen anfangen, müssen wahrscheinlich über die Spiele reden, was denn wirklich besonders schlecht war. Vor allem das Mannheim-Spiel, ja. Aber wenn wir jetzt mal generell bleiben wollen, äh, meiner Meinung nach jetzt gerade ist nicht irgendwie, äh, noch nicht denken an die nächste Saison, jetzt gerade ist denken an, wie komme ich jetzt hier wieder zurück auf die Siegerstraße? Und wenn es mal nur zwei Unentschieden und ein Sieg sind aus drei Spielen, das sind auch fünf Punkte, also du brauchst jetzt keinen riesen Punkteschnitt und dann, das entscheidet, kannst du noch über das Aufsteigen reden oder kannst du es über irgendwie in die nächste Saison retten reden, wie du jetzt gesagt hast. Aber da, mit letzteren möchte ich jetzt noch nicht anfangen, weil da geht es halt auch um, was für Spiele haben wir nächstes Jahr, das weiß ja auch keiner. Für mich ist das Wichtigste eigentlich jetzt, äh, ja, erstmal zu schauen, wie du sagst, dass du jetzt Punkte holst und dann aber musst du auch schauen, dass du da eben, also nicht nur gegen Halle gewinnen oder gegen Halle, ja, ein Punkt holen ist, du musst gegen Halle gewinnen, meiner Meinung nach, aber dann musst du vor allem auch schauen, äh, dass du noch das bestätigst. Und, also, wenn du jetzt den Effekt hast, hey, du hast den Bock umgestoßen gegen Halle und danach verlierst du wieder zwei Spiele, dann kannst du es auch gleich bleiben lassen, also, du brauchst mehr, du brauchst schon eine kleine Serie, um da rauszustarten, das müssen keine fünf Siege in Folge sein, aber, ja, maximal eine Lieder daraus vier Spielen, würde ich fast sagen, ohne zu sehr auf den Ausblick eingehen zu wollen. Aber ich glaube wirklich, das ist gerade ein richtiger Scheideweg, äh, der entscheidet, ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, kannst du oben mitspielen, geht's eigentlich nur darum, irgendwie die Saison zu retten und da werden die nächsten Spiele einiges zeigen und da müssen die jetzt am Trainingsplatz auch einiges zeigen, glaube ich, dafür. Also, meine Analyse von dem ganzen Desaster zur Zeit und vielleicht auch, äh, der Desaster vom letzten Jahr und solche Geschichten, ähm, finde ich, es braucht eine kurzfristige Umdenke und eine langfristige Umdenke, ähm, jetzt werde ich vielleicht länger ausholen, kurzfristig, ähm, habe ich das Saller-Interview gehört und der Saller stellt sich ja jetzt öfters bei den Niederlagen hin und erklärt und seine Quintessenz ist ja, dass sie nicht so selbstbewusst sind, wie sie eigentlich sein sollten und dadurch viele Fehler passieren und dabei ist er mir auch ein bisschen zu wenig selbstkritisch, weil aus meiner Sicht, ähm, leitet er das 1-0 ein. Nicht nur aus deiner Sicht, aber vielleicht meint er, wenn er selbstbewusster wäre, er hätte ihn einfach umgegrätscht. Ja, weiß ich nicht, aber ich meine, ähm, in dem Moment, als er da in dem Zweikampf gegangen ist, habe ich mir schon gedacht, was ist denn das für eine Körperhaltung, bitte? Äh, er ist ja einfach zusammengesackt wie ein nasser Sack, du musst wie ein, einfach nur wie ein normal laufender Mensch deinen Körper zwischen den Ball bringen und dann wäre nichts passiert. Wir waren gerade sogar in der Drangphase, wir haben, die ersten 3-4 Minuten waren überragend von uns. Das waren 8 Minuten zu dem Zeitpunkt oder sowas, wo die nicht mehr aus ihrer eigenen Hälfte rausgekommen sind. Ja, genau, also der, der, der Magenta-Typ hat sich einen runtergeholt auf uns bis da, bis zu dem Zeitpunkt und, und dann verliert er in der Mittellinie, ich glaube, es war sogar Vorwärtsbewegung von uns und dadurch fehlt halt die komplette Abwehr, wenn man sieht. Der Fee-Pass kam, glaube ich, nicht von ihm oder der Ballverlust, aber wie gesagt, er kann den noch stoppen. Er muss den Körper dazwischen stellen. Hat halt, ich, ich glaube, also das ist halt wieder Fußball, klar, das ist ein Sekundenbruchteil, wo du den Schein treffen musst, gehe ich jetzt runter zur Grätsche oder, äh, wenn ich zu Späck kommen kann, kriege ich vielleicht rot und das ist gerade auch bei Salah halt was, natürlich willst du dann jetzt nicht rot kriegen in so einem Spiel, das ist auch klar, aber trotzdem, das ist einer der drei erfahrensten Leute auf dem Platz. Also, am Ende geht es für mich schon auch auf ihn, dass wir dann da in den Konter laufen. Klar, man kann auch noch sagen, Restverteidigung war auch wieder überragend schlecht und ganz am Ende einer Fehlerkette, da wird sich jetzt wieder, wenn sich jetzt wieder die Torhüter im Discord oder sowas drüber aufregen, kann man auch drüber reden, ob man den halten kann, aber man kann das Tor davor schon fünfmal verhindern, das muss ich auch sagen. Pass auf, ja, also Salah leitet es ein, dann Faber läuft nicht vernünftig zurück, ich, leider sieht man es von der Kameraperspektive nicht, aber es ist auf jeden Fall sein Gegenspieler, der den Pass in die Mitte spielt und Ballas, ähm, mit all seiner Routine war völlig überfordert, auf welchen Spieler er jetzt geht. Geht er auf den Passempfänger oder geht er auf den zum Schießenden und wie du sagst, ähm, Gebhard, ich sag's auch, ja, ein Prime-Gebhard hätte den gehalten, als Torwart selber, sag ich, sauschwierig mit der Körpertäuschung, weil der ja auch noch, ähm, also, der wechselt auch noch seinen Fuß, ähm, und schießt, schließt dann ab. Ich denke, als Torwart hätte ich, glaube ich, auch spekuliert, dass er ihn nochmal auf seinen starken Fuß setzt, ähm, aber das sind vier Spieler, die eigentlich als Säulen gedacht sind, ja, und wenn die Säulen komplett einbrechen, war, wie soll denn, bitteschön, ähm, das dann ein Ganaus, Jonas Bauer und wie sie alle heißen, rausreißen, äh, ich würde Hut auch noch als Anfänger betiteln, auch wenn der wahrscheinlich am meisten Drittliga-Spiele von allen hat, aber, ähm, wenn die Säulen nicht funktionieren, und das hat man ja schon mal so eine, so eine problematische Säulen, sind wir aus der Drittliga abgestiegen, ähm, dann brechen auch alle anderen drumrum ein, also, ich hätte mir, ich würde mir vom Salah eigentlich wünschen, dass er sich ein Interview hinstellt und sagt, ja, mein Bock, ähm, die Jungspieler können nichts dafür, wir müssen vorangehen. Und das ist mein erster Punkt, die Routiniers müssen wieder vorangehen und müssen ihre Leistung abrufen, dann werden auch alle drumherum besser. Ich kann nicht erwarten, dass, ähm, ein Ansbach oder so das Heft in die Hand nimmt. Das Heft muss einer von den Alten in die Hand nehmen und der Einzige, der immer funktioniert, ist Andy Geipel und das ist zu wenig als Säule. Eine kurze Werbeunterbrechung und fettes Merci, wie immer, an unseren Kooperationspartner, dem Rebest Fitness Club in Regensburg. Und zwar gibt es jetzt neue Massagesesseln, also wer nicht nur zum Trainieren, sondern auch nach dem Training ein bisschen Entspannung braucht, der kann jetzt im Rebest Fitness Club sich in nagelneue Massagesessel legen, also, wenn das nicht die Motivation ist, jetzt anzufangen, dann weiß ich auch nicht. Aber es gibt noch eine zweite Motivation, ihr kennt es, mit dem Codewort 1889FM oder Jahn-Podcast bekommt ihr einen vergünstigten Tarif, ein Jahn-Trikot mit Wunschflock oder zwei Sitzplatz-Tickets für ein Heimspiel, je nachdem, was euch lieber ist. Einfach per WhatsApp-Kontaktformular oder ganz klassisch per Telefon einen unverbindlichen Beratungstermin oder ein Probetraining vereinbaren und eben das Stichwort Jahn-Abo oder 1889FM-Podcast benennen und schon bekommt ihr euren Traumkörper, fast ohne Arbeit. Jetzt geht es weiter in der Folge. Ja, am Ende ist es zwar dann auch nur Gelaber, weil du hörst ja so oft das Spiel jetzt sagen, ja, hey, das war mein Bock, es geht auf mich oder andersrum, wenn gefragt wird, hey, das Eigentor von dem, was in das für ein Depp, dann sagen auch alle, ja, wir gewinnen das Mannschaft, wir verlieren das Mannschaft, bla bla bla. Das sind alles Floskeln, das ist alles schön, aber das ist ja auch eine Signalwirkung, die du machst, wenn du da Verantwortung nimmst, wie du sagst, geh schon mit. Und ich glaube, das ist was, das sind so diese klassischen Fußballfloskeln oder Fußballprozesse, die uns da vielleicht gerade so ein bisschen fehlen, dass man da versucht, die anzuwerfen. Ich glaube, Achim Beilotz hat auch versucht, einen anzuwerfen, in seinem, mein man nach, sehr schlecht getimten Interview, wo er gesagt hat, hey, die Erwartungshaltung ist zu hoch. Der ging aber persönlich gegen mich. Ja, aber das ist der klassische, sagst du jetzt, aber das ist der klassische, und das geht ja auch gegen jeden anderen, der, keine Ahnung, pfeift, wenn der Tabellenerste hier drei Spiele in Folge verliert. Aber ich kann nicht mal pfeifen, ja, also das will ich mir nicht annehmen. Nee, aber also wie gesagt, also ich glaube, das geht schon auch gegen die Masse, weil man einfach merkt, dass die Masse unzufrieden war. Und teilweise wurde ja von der Mannschaft, glaube ich, auch die Pfiffe zur Halbzeit beim Ingolstadt-Spiel, können wir nachher in einer anderen Form noch drüber reden, die wurden, glaube ich, auch erst mal als Kritiker der Mannschaft auch gefasst, das war Quatsch. Aber ja, gut, gibt auch Stadien, wo das vielleicht passiert wäre, wenn du als Tabellenführer im so wichtigen Spiel gegen den Lokalgegner Ingolstadt hier so eine Leistung in der ersten Halbzeit hindigst. Worauf ich raus will, für mich war das Interview von Achim Beiler, das war der klassische Versuch, sich vor die Mannschaft zu stellen, dem ein bisschen den Druck rauszunehmen und sagen, hey, ja, vielleicht kann man auch nicht mehr erwarten als Platz 5 dieses Jahr, haben wir ja vor der Saison auch gesagt, oder irgendwie sowas in der Art. Und kam bloß für mich komplett zum falschen Zeitpunkt, weil die Erwartungshaltung ist meiner Meinung nach nicht so hoch, wenn ich erwarte, dass ich gegen Mannheim und gegen Lübeck mehr als 0 Punkte hole, wenn die so einen Stiefel zusammenspielen. Also wir sind wieder bei dem Punkt, jeder kann jeden schlagen in der Liga, gehe ich auch mit, an einem guten Tag kann auch eine Mannschaft wie Lübeck uns schlagen, wenn wir Normalform haben. Aber wenn Lübeck in Scheiße spielt, dann sollten sie uns nicht schlagen können. Und da müssen wir schon sehr scheiße spielen. Und das haben wir halt einfach. Genauso gegen Mannheim, auch die waren nicht gut. Das lagern eigentlich in irgendwelchen Fehlern. Also wir haben in diesen beiden Spielen meiner Meinung nach eine schlechte Leistung abgeliefert. Und wir haben nicht verloren, weil der Gegner eine gute Leistung abgeliefert hat. Und das muss sich halt einfach ändern. Ja, will ich Ihnen doch ein bisschen drastischer ausdrücken. Ja, ich will mir nicht von jemandem vorwerfen lassen. Meine Anspruchsbehaltung ist zu hoch, wenn ich nicht will, dass ich gegen die zwei schlechtesten Mannschaften in der dritten Liga verliere. Genau, das meine ich ja. Das ist genau das, was du gesagt hast. Aber ich möchte es halt nochmal drastischer formulieren. Aber ich sehe es auch nicht als persönlicher Frau. Also ich möchte jetzt nicht Achim hier für dich verteidigen, von dir verteidigen. Aber ich glaube, ich weiß gar nicht, ob der hier uns zuhört. Aber... Das ist real, wo ich das gesagt habe. Alle sollen sich jetzt mal bitte an die Nase fassen und entscheiden, wollen wir diese scheiß Saison einfach nur zu Ende bringen oder wollen wir aufsteigen? Der hatte, glaube ich, 45.000 Aufrufe. Jeder aus der Mannschaft hat das mitbekommen. So leid es mir tut, auch wenn viele immer wieder sagen, 1889 auf dem interessiert keinen. Aber dieser Reel, jeder ist auf Instagram und ich sehe ja, welche Spieler was von mir sehen, kommt natürlich bei der Mannschaft aus. Und ich habe mir lange überlegt, ob ich sowas jetzt mal online stelle, weil ich wusste ja ganz genau, dass das eigentlich nicht die Meinung von jemandem wie Achim oder so ist. und damit ich persönlich auch den Druck auf die Mannschaft erhöhe. Aber ja... Ja, kann ich aber vielleicht mal kurz noch dazu Hintergrundinfos geben. Es ist nicht nur deine Meinung, das ist letztendlich wirklich auch die Quintessenz von dem, was die Mannschaft nach dem Spiel gegen Lübeck zu hören bekommen hat. Da gab es auch noch mal keine Buhrufe, keine Pfiffe. Die wurden auch so schnell wie möglich. Also ja, es gibt wirklich Menschen, die irgendwie über sieben Kilometer fahren, nur um dann 90 Minuten Fußball zu sehen, der scheiße ist. Das haben wir auch müssen. Aber dann meinen, ihr Wochenende ist gerettet, wenn sie jetzt auch noch hier früh schreien und sonst irgendwie die Mannschaft zur Sau machen. Obwohl gerade der Tenor halt eigentlich ein anderer ist. Sondern der Tenor war, wir sagen jetzt noch ein letztes Mal, hey Leute, ihr habt jetzt zwei Wochen Zeit, gegen Halle müsst ihr den Bock umstoßen. Und dann können wir dieses Jahr vielleicht noch aufsteigen. Also es war eigentlich genau das Gleiche, was du jetzt gerade wiedergegeben hast. Ich habe das Reel tatsächlich selber, glaube ich, nicht gesehen. Ich kann mich jetzt unbedingt nicht erinnern. Aber es war eigentlich genau die gleiche Message. Vielleicht noch ein bisschen emotionaler und auch ein bisschen eindringlicher und vor allem, ja, recht gut verpackt. Also die Mannschaft war auch im Block und hat sich das angehört. Es war wirklich ein sehr schöner Moment. Aber auch das meinte ich vorhin. Sowas bringt dir nur was, wenn es halt auch passiert. Also erstens, wenn du gegen Halle den Bock umstößt und zweitens, wenn dann auch liegen bleibt, blöd gesagt. Und nicht gleich wieder aufsteht, dieser Bock. Ja, und ich weiß nicht. Und es muss ja dann auch, ich weiß nicht wie, aber es muss dann auch irgendwie Konsequenzen haben, wenn sie es eben nicht annehmen. Wenn sie gegen Halle kämpfen und unglücklich verlieren, sage ich nicht. Aber wenn die wieder Scheiße spielen und wir uns dann wieder hinstellen und ich sage halt, ihnen zur Niederlage gratulieren, dann, wo soll es denn herkommen? Und das, weil ich am Anfang habe ja gesagt, und noch was Langfristiges. Wir überlegen uns die ganze Zeit, warum läuft es denn in der Rückrunde immer nicht? Ich denke, jedes Mal brechen wir in der Rückrunde ein. Wenn ich mich aber vor meinen Mitarbeitern hinstelle und sage, ja, läuft eigentlich super, schau, Platz 12 in der zweiten Liga, eigentlich gut gepunktet, oh, schau, 12 Punkte Vorsprung in der dritten Liga. Und das haben wir ja vom Ding nicht erwartet. Wenn mein Kunde sagt, ja, Deadlines sind mir scheißegal, fange ich auch nicht zum Arbeiten an. Wenn ich keine Ziele habe und mein einziges Ziel ist, Platz 8 zu sein, erreiche ich am Ende auch Platz 8, weil das menschlich ist. Vielleicht sollten wir uns irgendwann mal ambitionsmäßig überlegen, wie wir diese Ambitionen an alle kommunizieren und nicht so unambitioniert immer in die Rückrunde reinzugehen und mit, ja, schauen wir mal, wie es läuft. 40 Punkte, blank dann schon. Und dann, gucken wir mal, in dieser, wir waren kurz davor, mal in die erste Bundesliga aufzusteigen, ja, und da, da haben uns irgendwie noch zwei Siege gefehlt und unter anderem auch gegen Sandhausen, die eigentlich schon maustot waren, glaube ich. Ich muss mich jetzt falsch erinnern, aber tut mir leid. Und, ähm, da haben wir, glaube ich, aus den letzten fünf Spielen vier verloren, weil wir uns auch hingestellt haben. Ja, eigentlich ist die Saisonleistung ja super und Ding. Ähm, das zieht sich, seitdem ich, ja, äh, ich bin noch nicht so lang, Jan Stein, aber ich, äh, seit zehn Jahren, elf Jahren Turmfunk, zieht sich das durch, äh, durch, äh, durch, außer in dieser einen Regionalliga-Saison, wo einfach ganz klar war, wenn wir nicht aufsteigen, gibt's auf den Sack. Aber das hätte auch fast nicht funktionieren. Also du hast, ich verstehe, was du meinst, ich sehe es nicht ganz so, weil du hast halt auch immer die große Gefahr, wenn du ambitioniert bist und hier fett, was wir übrigens sind, laut Leitspruch, glaube ich. Ja, aber den missraten, den verraten wir hier im Rückrunde. Ja, nicht mit, dass wir dem verraten, aber wie gesagt, äh, wenn du sagst, hey, das ist unser Ziel und dann hast, kommst du in so eine Phase wie jetzt gerade, dann macht's das Ganze noch viel schlimmer. Weiß ich nicht. Wenn du deine Ziele verführst. Wie viel, wie viel schlimmer willst du noch verlieren als jetzt? Ich glaube tatsächlich, also, das Problem ist eigentlich, wir sind ohne Ziel in die Saison gegangen, mehr oder weniger, und es hat sehr gut funktioniert, aber einfach durch die Tabellenposition hatten wir dann was zu verlieren. Also wir hatten theoretisch, das Ziel zwar nicht ausgegeben, aber natürlich hast du das Ziel dann, Erster zu werden sogar. Also ich kann sich ehrlich, ich hab die ganze Zeit im Winter davon geredet, ich will Weißer werden. Mir war es nicht genug, Zweiter zu werden. Ich hab selber davon geredet, ich möchte unbedingt endlich mal hier was für Briefkopf haben. Mittlerweile ist mir das schon wieder egal. Aber das war damals... Diese hässliche Schüssel soll endlich in unserem Stadion stehen. Ja, mir war das echt, äh, wichtig, weil ich mir halt auch sicher war, dass wir irgendwie schon was holen werden in die Saison. Also Zweiter war ja eigentlich, äh, gar nicht mehr nicht zu schaffen. Und das ist jetzt aber mal ganz anders. Aber genau das ist ja das Problem. Also selbst wenn du es nicht offiziell verkündet hast, vielleicht hast du es auch intern nicht verkündet, aber trotzdem hat jeder auf einmal dieses Ziel vor Augen und dann auf einmal droht es irgendwie runterzufallen oder, äh, in weite Ferne zu verschwinden und du hast was zu verlieren. Und ja, da sind wir wieder bei den Säulen. Eigentlich müssen die das auffangen, vielleicht muss es der Verein auffangen, vielleicht musst du besser mit, äh, mentalen Dingen umgehen. Da sind wir wieder, das dachte ich eigentlich, was kommt, wenn du sagst langfristig, das müssen wir wieder mit Mentalcoach oder sowas reden. Weiß ich nicht, ob das alles was helfen würde, aber am Ende ist es für mich nicht getan, wenn die jetzt vor der Saison gesagt hätten, yeah, wir würden gerne aufsteigen. Nein, aber ab dem, ab, jedes Mal die Winterpausenkommunikation ist scheiße, darauf will ich hinaus. Und wie gesagt, also ich glaube tatsächlich, dass du das eh vor Augen hattest, dieses Ziel, auch wenn du es nicht öffentlich kommuniziert hast und genau das ist das, was uns gerade eigentlich in den Arsch gebissen hat die letzten Wochen, dass wir eben was zu verlieren hatten. Hey, mit zwölf Punkten Vorsprung gehe ich in diese Vorbereitungswoche rein mit den dicksten Eiern der Welt, hocke mich mit meiner Mannschaft zusammen und sage, wir ordnen jetzt alles unter für diesen Aufstieg. Keine Ahnung, wir ernähren uns nochmal extra gesund, wir verzichten vielleicht auf Urlaub, wir gehen vielleicht nochmal extra auf den Trainingslager, wir machen alles für diesen Aufstieg. Ich weiß nicht, jeder, der mal irgendwie in einer Aufstiegsmannschaft drin war, da hat es immer diesen Spirit gegeben. Ich habe noch nie eine erfolgreiche Mannschaft und ich bin jetzt nur Amateurfußball, aber noch nie innerhalb von mir erlebt, dass du irgendwie erfolgreich warst, wenn du dich vorher nicht oder wenn du dich nicht zusammen hingesetzt hast und gemeinsam dieses Ziel ausgerufen hast. Und natürlich nicht nur, ja wir wollen das, sondern jeder hat ja gesehen, wir haben das Potenzial dazu, wenn wir 105 Prozent geben, schlägt uns keiner in dieser Liga. Und dann ordne ich alles unter. Ein halbes Jahr lang geht es nur noch darum, dieses Ziel zu erreichen. Scheißegal, wie es familiär läuft, scheißegal, wo es ein Wehwehchen gibt, sondern dieses Unterordnen habe ich dann nicht mehr gesehen. Die erste Halbserie hat uns getragen durch Leichtigkeit, ganz klar. Die zweite Halbserie hätte uns tragen müssen durch purer Wille, durch puren Willen. Und den haben sie vermissen lassen und jetzt kann man den Schalter nicht umlegen. Ich sehe nicht, dass wir in der Länderspielpause diese Mentalität bekommen können, weil die alle eben diesen mentalen Breakdown haben. Befürchte, die Saison ist gerade vorbei. Sorry. Ich sehe es auch von den Gegnern her, wenn du jetzt noch den Shift bekommst, kannst du locker noch aufsteigen, kannst du locker noch eine supergeile, erfolgreiche Saison haben. Keine Ahnung, vielleicht gibt es noch irgendwo im Archiv ein Video, wie geil diese Aufstiegsparty war, nicht nur auf dem Halbplatz, sondern eigentlich danach in den Discos, um denen zu zeigen, das verpasst ihr, bloß weil ihr jetzt seit zwei Monaten nicht 105 Prozent geben wollt. Und jetzt ist noch die einzige Möglichkeit, den Turnaround zu schaffen. Und das ärgert mich so ein bisschen, dieses Ding aus der Hand zu geben und das dann so ein bisschen auf diesen Druck und sowas zu schieben. Ganz ehrlich, mein populistisches Herz sagt, wenn du es nicht schaffst, mit dem Druck umzugehen, zwölf Punkte Vorsprung zu haben, ist das nicht dein idealer Job. Dann machst du irgendwas falsch, um Fußballprofi zu sein oder Sportprofi generell. Also ich würde auch einen Leichtathleten, der 20 Sekunden Vorsprung bei einem 400 Meter Lauf hat und den noch verliert, würde ich auch genauso bepöbeln, wie unsere Mannschaft gerade. Reißt es euch einfach am Rieden, so blöd wie es klingt. Und jetzt ist die letzte Chance, das noch umzubiegen. Und ja, die Welt geht nicht unter, wenn ihr es nicht umbiegt. Versuch es gerade, Druck aufzubauen oder Druck aufzubauen. Ja, genau. Ich versuche gerade, ich will nur Commitment schaffen. Ich will keinen Druck aufbauen, ich will Commitment. Ich will Commitment für das Ziel. Und wenn sie mir sagen, nee, Aufstieg ist nicht unser Ziel dieses Jahr, bin ich ruhig, bin ich echt ruhig, dann okay, bringen wir die Saison zu Ende, werbt mal Sechster, ist in Ordnung. Aber dann darf nächstes Jahr auch keiner jammern, dass wir zu wenig Geld haben, weil wir nicht in den DFB-Pokal gekommen sind und dass wir uns keine Transfer leisten können. Sondern wir haben uns dann einfach entschieden, Mittelmaß zu sein. Und wenn man sich entscheidet, Mittelmaß zu sein, mache ich auch manchmal in meiner Selbstständigkeit, entscheide ich mich lieber, Mittelmaß zu sein, als nochmal die letzte Meile zu gehen. Darf ich mich aber auch nicht beschweren, dass ich dann nicht erfolgreich bin. Also ich erwarte selber, vor allem erstmal fürs Halle-Spiel, weil das ist halt das Nächste, was ansteht, wirklich, ja, wie du gesagt hast, Commitment. Und zwar im Sinne von, die sollen sich zerreißen und auch definitiv die letzte Meile gehen und vielleicht noch ein bisschen mehr. Ich glaube auch, dass wir eine echt gute Chance haben, dass wir sie sehen. Die Frage ist halt, auch wenn du wieder den Gegner an die Wand spielst, das haben wir ja in der letzten Woche auch ab und zu mal gemacht, für ein paar Minuten lang. Wie gehst du mit Rückständen um? Wie gehst du, und wenn es nur ein Ausgleich ist, wie gehst du mit Gegentreffern um? Und dann die zweite Frage, das haben wir vorhin schon gesagt, hey, ja, sag mal, du gewinnst gegen Halle, 2-0, 3-0, 4-0, ist mir total egal. Du zerreißt dich hier und spielst dir vor, ja doch, wahrscheinlich immer noch 8.000, 9.000 Zuschauern oder sowas, gegen die Wand. Wenn du eine Woche später eben nicht nachlegst, im Sinne von, auch wieder zerreißen, auch wieder Commitment, dann funktioniert das nicht. Also das ist, glaube ich auch das, was du mit Spirrl meintest, ich finde schon, dass wir den in der Hinrunde hatten. Ich glaube halt, wo ich dir ein bisschen widersprechen muss, ich glaube halt einfach, dass es, ja, am Ende, wie hat es Achim so schön gesagt, die Erwartungshaltung ist zu hoch. Nein, was ich meine ist, du hast vor der Saison, hat keiner erwarten können, dass wir, oder keiner erwartet, viele haben es gehofft, dass Achim hier den Aufschichtskader zusammenstellt. Wir haben dann aber durch den Lauf der Hinrunde gesehen, hey, das könnte ein Aufschichtskader sein, aber vielleicht ist es keiner. Vielleicht ist es am Ende, wie du gesagt hast, dieses mit dem, sie können nicht mit Druck umgehen, vielleicht ist das dann das, was gefehlt hat. Vielleicht fehlen uns noch zwei mehr an die Geipels, die da irgendwie die Leute umgerätzt, was auch immer. Und wenn wir, und wenn wir, wie heißt die Berliner Mannschaft, die mit Nullpunkten abgibt? Tasmania Berlin. Ja, wenn wir Tasmania Berlin werden, müsstest du zwölf Punkte Vorsprung durch die, Ja, aber das können wir jetzt nicht mehr ändern. Das ist es ja. Genauso wie wir eine grandiose Serie mit, glaube ich, ja, Drittliga-Rekord hatten an Siegen in Folge, wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube, ein Spiel hat gefehlt. Ich dachte, wir haben ihn eingestellt, aber haben ihn nicht für uns. Ist ja auch wurscht. Genauso haben wir jetzt gefühlt ein Drittliga-Rekord, was für eine Führung wir schon gespielt haben. Musst du wegstecken, musst du weitermachen. Und ob du das kannst, damit kannst du beweisen, dass du vielleicht doch dieser Aufstiegskader ist, der eigentlich von vornherein nicht geplant war. Aber, ja, ich glaube, den Spilt haben wir grundsätzlich. Also, was du da gehört hast, warum das in der Hintergrund so gelaufen ist, mit so vielen neuen Spielern, das war wirklich Wahnsinn. Die sind da teilweise zu 15 oder sowas, sind die ins Restaurant gegangen fürs Mannschaftsessen, kannten sich alle nicht, und es war super Stimmung. Aber genau sowas, ja, musst du halt auch wieder machen. Und ob du dich jetzt, ich meine, wir sind halt jetzt nicht die Aufsteigermannschaft, die irgendwie alle nur ein Zehntel vom Gehalt bekommen, wie die anderen großen Gegner in der dritten Liga. Also, diesen Spirit, was so ein Aufsteiger hat, der dann irgendwie erster ist und dann sagt, hey, ich bleibe jetzt jeden Tag zehn Stunden am Trainingsplatz, den kannst du bei uns vielleicht nicht ganz erwarten. Aber zumindest ein Bruchteil davon oder, ja, eine gute Stimmung, die in der ersten Hälfte auch gereicht hat, den würde ich auch erwarten. Wie gesagt, ich gehe nicht zu 100 Prozent mit, wie du sagst, ich finde, das sind alles tolle Wünsche, aber, ja, ich bin da immer zu sehr realist, weil am Ende ist es, es reicht, wenn einer am Platz einen Bock schießt, dann kriegst du das Gegentor und dann leider ist Fußball so, wenn du jetzt nicht hier irgendwie zehn überbezahlte, erfahrene Recken hast, dann kann es auch sein, dass du den Kargen nicht mehr aus dem Dreck bekommst. Aber was halt wichtig ist, ist Weiterentwicklung. Und es wird die nächsten zwei auch im Training darum gehen, da bin ich mir sehr sicher. Wenn du es schaffst, das aus den Köpfen zu bekommen, beziehungsweise die einfach, du musst nicht mal groß Ecken trainieren, du musst nicht Abschlüsse trainieren, du musst die einfach nur mental jetzt wirklich stellen und ihnen Beine machen und sie vielleicht auch ein bisschen blöd gesagt bluten lassen am Trainingsplatz, dass sie da einfach mehr Herzblut reinstecken in zwei Wochen. Vielleicht kriegt Joe das hin. Also ich kann mir das schon vorstellen. Aber es ist halt langfristig. Das möchte ich nochmal betonen. Es reicht nicht, wenn es für einen Tag funktioniert. Das stimmt, ja. Und ja, und nicht nur das, also wir haben ja auch taktische Defizite in den letzten Spielen gesehen. Vor allem unsere Außenverteidiger stehen zu hoch, unsere Außen, generell defensiv, wie offensiv. Kriegen die Flanken nicht hin. Es ist absolut ausrechenbar, was passiert, wenn ein Conny Faber den Ball hat. Kann ich dir vorher schon sagen, ab welchem Punkt er flanken wird. Das wissen die Gegenspieler mittlerweile auch. Es passiert kein Überraschungsmoment mehr. Kota hat seinen absoluten Zauber verloren. Er schafft es nicht mal mehr, ein 1 gegen 1 zu gewinnen. Die Mitte wird sehr selten entlastet. Wir haben riesige Löcher, die, wenn Geipel sie nicht zuläuft, ist zwischen Innenverteidigung und Achter, Zehner oder Sechser, Achter, Zehner riesige Krater. Da fehlt es halt auch an Disziplin. Und manchmal denke ich mir, sie spielen so, als wäre die 96. Minute, wir bräuchten noch unbedingt ein Tor. Jeder läuft so nach vorne, keiner hält seine Position mehr, jeder will unbedingt dieses, will unbedingt selber das Tor schießen und dann gibt es so riesige Löcher und wir laufen in irgendwelche Konter rein, die eben nicht zugelaufen werden. Weil ich glaube, so sehr ich auch jetzt Ballast kritisiert habe, aber die Innenverteidigung wird wieder funktionieren, wenn die Außenverteidiger und die Sechser-Abstimmung besser funktionieren würde. Und das Traurige an dieser ganzen Geschichte ist, wir spielen brutal offensiv, vor allem eben auf die Außen, schaffen aber uns nur zwei Chancen gegen Lübeck in der Halbzeit zwei. Viel zu wenig abgeschlossen. Ja, also dann muss aus jeder Position geschossen werden, vor allem wenn du jemanden wie Hut vorne drinstehen hast, der eigentlich so ein typischer Abstauber-Spieler ist. Es war wirklich, das ist keine Ausrede für das Spiel, aber die Windverhältnisse waren echt verrückt. Ich glaube auch, dass es, ich verstehe nicht, warum Lübeck so wenig Punkte hat, weil das ist dann wahrscheinlich jede Woche da ungefähr so. Also das ist am Ende ist das für mich ein Heimvorteil, weil es war wirklich so, du hast gesehen von einer, also du konntest ja nicht mal die Ecken, von einer Seite gingen die Ecken gut, von der anderen Seite wusstest du vorher schon, der wird verhunkern, weil du dann einfach irgendwie steil in den Himmel schlagen musst, damit er überhaupt hier über den Fünfer hinausfliegt, durch den Gegenwind. Also deswegen haben wir auch nie gegen Kiel gewonnen. Und ich glaube sogar, dass wir in der ersten Halbzeit, wo wir so richtig schlecht gespielt haben, also wo wir gut angefangen haben und richtig schlecht gespielt haben, meiner Meinung nach, haben wir sogar auf die leichtere Seite gespielt quasi, was uns in der zweiten Halbzeit natürlich noch mehr geholfen hat, das Ganze rumzudrehen, also eben nicht. Einfach vom Winter, ich glaube echt, dass der Winter viel Einfluss hatte auf dieses Spiel, es entschuldigt nicht die Leistung, aber ja. Aber die Resilienz fehlt dann. Das ist ja das, was der Tuchel mal gesagt hat, die Spieler spielen die ganze Zeit oder in der Jugendmannschaft nur noch auf Kunstrasen und sowas und wenn sie dann irgendwann mal auf dem Acker spielen, können sie nicht mehr Fußball spielen. Ich wirklich glaube, es ist einfach, also wir haben jetzt schon so oft über die Breite vom Kader gesprochen, aber es ist jetzt keine Ausrichtung, es ist halt wirklich ein Fakt, du kannst eigentlich jedes der letzten schlechten Spiele daran festmachen, dass uns ein paar wichtige Spieler gefehlt haben. Erst was wochenlang Gebhardt, der also wirklich, ja, nicht nur mit dem, was er jetzt hat, was für Bälle er hält, gefehlt hat, sondern glaube ich auch wirklich mit dem Ordnen von der Abwehr, was einen Riesenunterschied gemacht hat. Dann hatten wir, glaube ich, gleichzeitig Geipel und Feed gegen Ingolstadt nicht dabei, wenn mich alles täuscht. Vor allem Geipel, der ja wirklich irgendwie als Einziger rausragt die letzten Wochen noch. Am Ende, wenn du sagst, hey, es fehlen die erfahrenen Recken, die mal den anderen Beinen machen, klar, da musst du ihn auch mit reinnehmen, aber auf dem Platz mit den Statements, Bälle wegrätschen, früher wäre das immer dunkelgelb gewesen, was er macht, mittlerweile ist es teilweise nicht mal mehr ein Foul, wie er da irgendwie von hinten noch den Ball rausstocher hat. Da waren wirklich gute Situationen dabei, selbst in den schlechtesten Spielen von uns. Wie gesagt, die Leistung insgesamt der gesamten Mannschaft, wenn sie verlieren, muss man ihn auch mit reinnehmen, sie verlieren zusammen, sie verlieren zusammen, aber der fehlt uns einfach, wenn er nicht da ist und gegen Lübeck, auch wenn du ihn jetzt gerade ein bisschen gemeint hast, er hat seinen Zauber verloren, hat uns Kota, glaube ich, massiv gefehlt. Also gerade gegen so einen Gegner wäre das von der Waffe gewesen. Er ist immer noch besser als Schönfelder, das muss man trotzdem noch dazu sagen. Ja, der halt leider kein Bein vor das anderen bekommt, seit er hier ist, also das muss ich halt auch dazu sagen. Ich habe zwischendurch gehofft, dass es besser wird, aber meine Generalkritik vom Winter an Schönfelder, die bleibt immer noch. Ich erwarte einfach mehr von einem so guten Fußballer und ja, das wäre dann halt Kalabreite, wenn wir nicht nur Yannick Graf auf der Bank hätten, sondern einen Schönfelder, der vielleicht sogar ein Upgrade wäre, mal zu Kota, wenn der schlecht spielt, wäre es ja auch schön, oder wenn der verletzt ist, aber er ist halt kein Upgrade, er ist definitiv ein Downgrade zu Kota und für mich auf Augenhöhe mit Graf und Bauer, wo du immer mal auf ein Wunder hoffen kannst, aber wo du einfach nicht erwarten kannst, dass die dir jetzt schon ein Spiel drehen oder hier drei Tore schießen. Also es ist einfach, am Ende ist es für mich die Breite vom Kader, dass wir Ausfälle von Säulen eigentlich nicht auffallen können. Ausfälle von Säulen haben wir auch zum Beispiel auf der Ebene, dass für mich Salah seit mehreren Wochen wirklich unter jedes Spiel. Du bist eigentlich jemand, der so auf Salah draufhaut. Ich habe doch heute genug auf ihn draufgehauen, der tut mir langsam leid. Nicht, dass er mal wieder mit mir aus jetzt fährt und dann grätscht er mich wirklich um. Er spielt halt nach wie vor nicht auf seiner Lieblingsposition, das weiß am Mittwoch auch jeder Gegenspieler, dass er mit links jetzt eigentlich nicht groß flanken wird, sondern den nochmal auf rechts liegt, wenn er doch offensiv dabei ist. Aber er ist halt auch einfach, ja, effensiv. Das heißt, wir sind ausgecoacht worden auch. Vielleicht sollten wir mal wieder was Verrücktes probieren. Wie letztens Jahr, glaube ich, wir sind entschlüsselt worden, wie jedes Jahr im Winter. Vielleicht, also, man kann es immer nicht so ultimativ tragen. Es liegt nicht immer an einer Sache. Es sind viele kleine Dinge. Deswegen macht man sich meiner Meinung nach immer zu leicht, wenn man hier immer hier pauschal irgendwelche Aussagen rausleiert. Aber eins davon ist definitiv auch, dass wir taktisch uns zu wenigen Sachen einfallen lassen und dass, ja, also dass Faber schnell ist und sich zur Not einfach jeder Gegner, dass sie einfach durchrotieren quasi, ihre Linksverteidiger und jeder holt sich mal eine gelbe Karte ab, hat ja bei Dortmund 2 schon funktioniert. Also, dass man den einfach zur Not mit einer gelben Karte stoppt, hätte Salah auch machen können von 0 zu 1. Ja, hätte vielleicht funktioniert. Hätten wir ihn aber jetzt gesagt, warum holt er sich unnötig die gelbe Karte? Ne, unnötig werde ich nicht gewinnen. Da gab es andere unnötige Karten an dem Tag. Wer weiß, bei der Schiedsrichterin, ob sie nicht da rot zeigt, wenn er irgendwie von hinten zu spät kommt, aber trotzdem, wer den laufen lässt. Gut, dass du sagst, ich wollte es unbedingt erwähnen, habe es mir aber nicht aufgeschrieben, aber jetzt hast du es gesagt. Da müssen wir auch drüber reden. Das ist der eindeutigste Elfmeter der letzten 20 Wochen und bezeichnend von der Mannschaft auch, dass sich niemand, nicht mal der gefaulte Spieler hat sich beschwert, dass es keinen Elfmeter gibt. Wir haben einfach mit der Situation abgeschlossen. Also für mich ist es ein eindeutiger VAR-Elfmeter in Realgeschwindigkeit, also bevor es einen VAR gab, generell auch in der ersten, zweiten Liga. Er haut ihn ohne Ball in die Eier. Ja, aber in Realgeschwindigkeit pfeift ihn halt trotzdem nur jeder dritte Schiedsrichter. Nicht, weil es kein Foul ist, sondern weil du halt einfach das teilweise dann nicht siehst, wie genau der Kontakt da jetzt war. Die gehen beide zum Ball. Im Mittelfeld wird es abgepfiffen als Foul, im Strafraum nicht. Klassischer Fall. Es regt mich auch furchtbar auf. Vor allem, weil ich glaube, wenn wir da durch den Elfmeter den Ausgleich, das war noch in der ersten Halbzeit, sogar gemacht hätten, dann hätten wir das Spiel wahrscheinlich sogar gewonnen. Weil Lübeck einfach so schlecht war. Nicht, weil die gut waren in der ersten halben Stunde, obwohl, ja, am Anfang sah es ja auch gut aus. Aber ich glaube, ganz ehrlich, wenn Lübeck nicht diesen einen Konter perfekt ausspielt, das liegt ja nicht nur daran, dass du schlechte Rechtsverteilen hast. Die haben halt einfach auch mal einen Konter gut ausgespielt, was wir auch nicht können. In der mentalen Verfassung, wo Lübeck ist, so einen Konter auszuspielen, ist ja auch die absolute Frechheit. Und wir schaffen es nicht mal. Ich muss auch sagen, sie haben vier Konter richtig schlecht ausgespielt. Sie hätten ja noch zwei, drei Tore schießen können später. Das stimmt auch wieder, ja. Die haben sie dann schlecht ausgespielt. Aber der eine war dann halt leider mal drin. Genauso wie wir in einem Spiel drei Tore mit Standards machen. Aber wir sind dann auch so blöd, dass wir uns dann sechs reinballern lassen danach. Ja. Ich wollte keine alten Bunden draufreißen. Oh Gott. Ja, wir bräuchten Therapiesitzungen und keinen Podcast. Ja. Ja, und am Ende, wie gesagt, es sind viele kleine Dinge. Es ist taktisch vielleicht zu wenig Variabilität. Es sind fehlende Säulen, fehlende Breite. Aber vielleicht, am Ende kommen wir wieder auf, hier, wir brauchen Therapiesitzungen. Vielleicht ist es wirklich eine Zeit für eine fucking Mentalcoach. Also sorry, wir reden da jetzt seit einem Jahr, reden wir da drüber. Ich glaube, seit drei Jahren. Erst mal absteigen, also abgestiegen sind wegen Negativspirale und jetzt im Aufstiegskampf eine Negativspirale reden wir drüber. Wir haben, glaube ich, schon vor drei Jahren geredet oder zu dem Zeitpunkt, wo wir eigentlich auch schon sicher durch waren und dann musstest du am letzten Spieltag doch nochmal gegen St. Pauli gewinnen, damit du sicher nicht abgestiegen bist. Was Fakt ist, es ist kein Allheilmittel. Nein, natürlich nicht. Was auch Fakt ist, wenn du einen Trainer hast, der dich richtig heiß machen kann, der dir einfach anschreie, Trabine oder sonst irgendwie, die letzte Prozente rauskitzelt, brauchst du es vielleicht auch nicht, wobei ich immer glaube, dass das halt so das über der Oberfläche ist. Das funktioniert einmal, zweimal, aber wenn es dann halt mal richtig im Argen ist, mental und du einfach nicht weißt, hey, warum fallen wir immer so ein Loch, das kannst du halt mit einer Kabineansprache nicht fixen. Das kann ein emotionaler Coach nicht fixen. Ich sage immer, er macht ja auch keine Physio bei den Spielern. Ein Trainer ist kein Psychotherapeut und ein Trainer ist kein Physio. Warum wehren sie sich so sehr gegen diese Art? Also ich habe das ja auch schon intern oft angebracht und dann hört man immer an, ja Fischer, du hast keine Ahnung und so. Ich glaube, dass es einfach zu exotisch ist. Es gibt da keinen, der sich das getraut hat, beim Drittliga-Verein oder beim Zweitliga-Verein wahrscheinlich sogar mit unserem Budget zumindest als Zweitliga-Verein zu machen, weil es einfach zu teuer ist, in Anführungszeichen. Lieber holen wir noch einen zweiten Athletic-Coach. Also, weiß schon. Genau, und das kann aber Joe Ennox eigentlich selber machen, weil ich meine, er ist ja Sportler, aber er ist kein Psychologe. Ja, ich möchte jetzt die Rolle der Athletic-Coach gerade bei uns in den letzten Jahren nicht kleinreden. Auch dieses Jahr zum Beispiel muss man loben, wie wir in der Hinrunde so spät immer noch so viele Tore gemacht haben, was jetzt leider seit Ewigkeiten nicht mehr vorgekommen ist. Ja, aber ich glaube, am Fitness liegt es wirklich nicht, weil zum Beispiel, wenn wir über das, was wir noch gar nicht gesprochen haben, das Ingolstadt-Spiel sehen, da hat man eigentlich genug Körner. Eben, also Körner haben wir. Körner haben wir, das liegt dann was anders. Also, ich glaube nicht, dass es an Fitness liegt diese Saison. Also, ich habe gerade gedacht, du meinst an Fitness liegt es nicht, dass wir im Saisonbeginn quasi so viele späte Tore geschossen haben. Achso, nein, nein. Es ist hier nicht nur ein Fitness, aber ich möchte da nochmal vehement behaupten, es war definitiv nicht nur Glück, wie es uns ja aus Dresden immer nachgesagt wird oder so, weil einfach diese Masse, also das ist einfach keine gute hier Wahrscheinlichkeitsrechnung, so oft, wie wir spät getroffen haben, ist kein Zufall und kein Glück mehr. Das ist ja jetzt auch kein Pech, das wir nur verlieren. Das ist ja auch eigenverschulden. Genau. Aber das kannst du alles wieder wecken. Also, wie gesagt, die Fitness ist noch da, aber ich glaube echt, dass du irgendwie den Kopf freikriegen musst, vielleicht kriegst du mit intensivem Training und Ansprachen hin, aber am Ende, ja, ich fände es auch eine Überlegung wert. Ich weiß bloß, dass auch das sicher kein Erheilmittel ist und wir uns das so leicht vorstellen, wie man drückt beim Fußballmanager zwei Knöpfe und hat einen Mentalcoach und auf einmal hier läuft alles. Überhaupt nicht. Das ist mir schon bewusst, dass das nicht so leicht funktioniert, aber ich würde es halt mal ausprobieren, weil, der Fußballverein hat genug Geld, um mal eine Person auf Glück Glück für ein Jahr anzustellen und schauen, ob es das bringt und wenn es funktioniert, dann macht man es halt noch ein Jahr. Ich möchte hier an die großartige Serie Ted Lesso erinnern, die haben auch alle nicht geglaubt, dass es das bringt, einen Mentalcoach hier ran zu schaffen und es hat sich gelohnt. Und im NLZ haben wir eine Momental auch nur, weil es vorgeschrieben ist, glaube ich, von der DFB Achso, ja. Für die Zertifizierung. Vielleicht nicht nur deswegen, aber es ist halt vorgeschrieben, dass du deine Sterne bekommst, wenn mich nicht alles täuscht und wie viel da wirklich arbeitet wird mit, kann ich einfach nicht belastbar sagen. Vielleicht tue ich ihn auch umgerichtet und es wird wirklich aktiv genutzt. Jetzt machst du mir mein ganzes Argument kaputt, weil mein Argument wäre eigentlich gewesen, da denkt auch keiner drüber nach, ob es sinnvoll ist oder nicht, weil die Jungs halt noch so jung sind und das vielleicht brauchen, aber bei uns sind halt auch teilweise noch Heranwachsende, also zumindest 18, 19, 20-Jährig bist du auch noch nicht mental so auf der Höhe, dass du vor allem Rückschläge verkraften kannst. Verstehst du eigentlich andersrum nicht, also vielleicht lehnt einfach rein das alles ab, aber ich meine, es reden ja nicht nur wir davon, kann man schon vorstellen, dass das, ja, also dass das der eine oder andere der sowas vielleicht viel beruflich macht, auch mitbekommt. Das ist doch eine richtig geile Aufgabe, ich meine, wenn du nebenher vielleicht auch eine Praxis hast, so ist es ja bei unseren Mannschafts-Ersten auch, die machen ja nicht nur das, warum bittest du nicht einfach mal den Verein an und sagst, hey, hier wollt ihr meine Dienste haben, 54 Euro im Monat, wir können auch gerne erstmal mit der zweiten Mannschaft anschauen für den Monat, dann können wir schauen, ob das was bringt. Unter Bandenwerbung natürlich. Ja, was weiß ich, aber also, warum, das muss doch irgendwie auch andersrum vielleicht schon mal ein Angebot gegeben haben, vielleicht ist es auch einfach kein Ding in Deutschland, so wirklich im Profifußball, ich weiß es nicht, vielleicht heißt es deswegen, Fischer, du hast keine Ahnung, wenn du das ansprichst, weil es einfach im Profifußball noch keiner gemacht hat, aber irgendwer muss doch mal auf die Idee kommen, wir können da was verbessern, weil, ja, ich bin jetzt auch keiner, der da groß viel Erfahrung gemacht hat, persönlich, aber ich glaube, es wird mit dabei jedem klar sein, dass mentale Gesundheit echt ein größeres Thema ist, als die meisten Leute sich eingestehen und, ja, es gibt wahrscheinlich die wenigsten Leute, denen es geschadet hätte, wenn sie schon mal mit jemandem professionell geredet haben, ich habe es noch nicht gemacht, mir hätte es wahrscheinlich auch nicht geschadet. Ganz sicher nicht, nee. Ja, also, und, was ist das Maximale, was du, was du dann verboxt, sind halt, weiß ich nicht, wenn du eine Halbtagsstelle ausschreibst, sind es halt dann 50.000 Euro, die du in den Sank gesetzt hast, bei einem Budget von 16 Millionen, oder Pi mal Daumen. Okay, aber ich möchte es. Auf der Basis soll es drin sein, dass du ihn jetzt nicht bezahlen kannst, wie ein Co-Trainer oder wie ein Chefcoach für ein Jahr, einfach auf Glück, ist auch klar, aber ich glaube auch nicht, dass das nötig wäre, um diese, diesen, diese Stellschraube mal auszuprobieren. Nee, also der, der Routinger heißt er, oder? Der ist ja auch wahrscheinlich nur auf 25 Prozent oder so angestellt. Der Doki hat sein Zeug Jahre lang umsonst gemacht, so wie ich gehört habe. Psst. Ja, aber der hat auch wirklich eine riesige, emotionale Lohntüte gehabt, also der, den hat das, glaube ich, sehr viel Spaß gemacht. Der macht das ja auch auf Turmfunk-Miveau. Super toller Mensch. Das war jetzt fast abwertend, also aus deiner Sicht, aus deinem Mund nicht, aber für manche Leute wäre das fast abwertend. Ach so, ja, Entschuldigung. Er hat, mehr Verdienste als der Turmfunk, weil er macht das ja auch schon deutlich länger. Deutlich länger, ja. Also da haben wir wirklich, ich glaube, er ist ja trotzdem noch irgendwie mit drin, steckt er mit drin. Ja, die Praxis auf jeden Fall. Aber es ist halt trotzdem sehr schade, weil wir da wirklich, also das ist ein Mann, den kannst du eigentlich auch ein Denkmal vom Stadion bauen, neben Christian Keller, was der geleistet hat. Auf jeden Fall, ja. Eben auch, ohne groß was dafür zu bekommen in den letzten, ja, ich glaube, locker 20 Jahren oder so. Ja, und selbst als es dann gut gelaufen ist, nicht. Und er kann hervorragend Meniskusse operieren, kann ich nur aus persönlicher Erfahrung sagen. Okay. Ja, ich bin immer zu dem Metzger von den Barmherzigen Brüdern, das hat so geklappt. Mein Kreuzband wurde auch in Amberg operiert und natürlich verbockt. Aber der Meniskus war hervorragend vom Doki. dein Kreuzband lässt du nicht reparieren, sondern das ist halt einfach Jahren gerissen und du läufst damit rum. Das ist wahrscheinlich schon so, aber mit 18 habe ich erst einen Kreuzband gehabt, das war absolut beschissen operiert, dann Meniskusriss und dann bin ich zum Doki, weil mir jemand gesagt hat, geh halt mal zu einem Vernünftigen und die Operation war traumhaft und jetzt langsam fängt das Kreuzband wieder an und ich glaube, ich muss mal zum Doki, aber ich traue mich nicht, weil ich eben Angst habe. Aber wir schweifen ab und wenn ich jetzt mit meiner Krankengeschichte anfange, dann sind wir morgen nicht fertig. Spendet vier Grücken. Ja, ich glaube, wir müssen es noch ansprechen, auch wenn jetzt wahrscheinlich zu viel Gras schon drüber gewachsen ist, aber die Geschichte mit eben dem Fan-Protest und die Reaktionen aus S1, S3 und den Westen und aus dem Internet auch im Internet danach, ja. Und auch ich habe ein bisschen zu scharf kritisiert wahrscheinlich, aber zu dem Zeitpunkt wusste halt keiner was und das ist, glaube ich, auch der Knackpunkt, den, glaube ich, am Anne hoffentlich alle gelernt haben, Kommunikation ist King. Ja, das auf jeden Fall, Kommunikation ist King und Vorlaufzeit ist auch immer ein kritisches Gut. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie wir es groß aufrollen sollen, ich glaube, es gab ein relativ gutes Statement von der Ultrasinn noch, das leider recht spät kam, ich meine, ja, die machen das auch nicht hauptberuflich, wenn man schaut, wie lange die Fotos teilweise brauchen, bis sie online gehen, dann weiß man, dass da wirklich wenn ich jeden einzelnen Kopf rauspixeln müsste, dann würde ich auch zwei Wochen brauchen. Es gibt Fans, die machen das schon gar nicht mehr, die machen sich die Mühe nicht mehr, aber wie gesagt, also grundsätzlich ist das mit Arbeit verbunden, auch diesen Text zu schreiben, mit allen Leuten abzustimmen, aber ich hätte mir gewünscht, dass er ein bisschen früher kommt, weil ich glaube, dass viele Leute, die generell schon eine festgefahrene Meinung vielleicht davor hatten und die halt auch den Leuten dann ja sehr viel übers Wochenende dann um die Ohren geschmissen haben im Discord, im Forum, in Facebook und sonst irgendwie. In MZ-Kommentaren. Ja, genau. Wobei MZ da ja sogar teilweise eine Ultraperspektive hatte, also einen Menschen, den ich noch nie davor gesehen habe, also es war ein ganz komischer Kommentar, habe ich auch gewundert, aber wir schweifen ab. Also wie gesagt, ich glaube, es kam deswegen ein bisschen zu spät, weil du die Meinung der Leute jetzt nicht mehr ändern wirst, beziehungsweise viele einfach gar nicht mehr lesen wollen, weil sie auch sagen, das Thema ist das Leben und sie haben halt trotzdem ihre Meinung. Ich glaube auch, dass es der Ultraszene relativ wurscht ist, und dass da vielleicht auch ein bisschen die Erwartungshaltung herrscht. Hey, wenn du ein Problem mit uns hast, dann musst du unser Statement auch lesen oder ja, du bist das Problem so ungefähr. Also das kann ich grundsätzlich auch nachvollziehen. Ich kann auch das Statement nachvollziehen. Ich bin auch eher einer, der sich ankreiden lassen muss im Discord zum Beispiel, dass er, glaube ich, da in meinen Augen viele zu sehr auf Ultrasseite steht. Ich kann es aus meiner Sicht mal erläutern, ich habe halt auch im Verein die Position des Family oft bekleiden dürfen und ich kenne den Prozess, wie grundsätzlich Standardverbote vergeben werden. Das ist vom DFB so empfohlen, es ist nicht 100% vorgeschrieben, aber es wird beim Jan auch seit Jahren so gemacht. Ich habe es sogar seit über zehn Jahren so gemacht, dass Leute angehört werden, bevor einfach hautraufmäßig Leute ausgeschlossen werden. Heißt, am Ende entscheidet eine Person, das ist der Sicherheitsbeauftragte, über ein Standardverbot, das ändert sich auch dadurch nicht, aber sowohl der Beschuldigte als auch vor allem Menschen, die den vielleicht besser einschätzen können, wie zum Beispiel Fanbeauftragte oder vor allem auch Fanprojektler, müssen meiner Meinung nach zwingend vorher angehört werden, werden auch. Es gibt eine Kommission, die sich mit normalem Standardverbot beschäftigt, aber wurden an dem Tag eben nicht. Also es wurden hier wirklich einfach Entscheidungen getroffen, aufgrund von irgendwelchen hanebüchen Aussagen von der Polizei, die halt auch meiner Meinung nach durchschaubar waren, weil wenn das so ein klarer Fall gewesen wäre, wie sie angeblich den Verein geschildert haben, dann hätten sie ihn einfach festnehmen können und mit auf die Wache nehmen, haben sie aber nicht gemacht, sie mussten ihn freilassen, weil sie keine, nicht mal Indizien hatten, dass das gewesen war und jeder, den ich kenne, auch innerhalb der Unterseite sagt, der Typ hat nichts gemacht, er war nicht mal, ja, überhaupt mit unterwegs quasi gemeinsam mit denen, sondern ist erst relativ spät am Start und aufgetaucht und meine Vermutung ist, er war einfach einer der Letzten, der sich dieser erweiterten Kontrolle unterziehen musste und bevor man gar keinen nimmt, nimmt man halt den, weil den kennt man vielleicht schon, der hat schon mal irgendwas gemacht oder der, ja, den hält man für den ganz Bösen, es gibt ja die Senekolingbeamten in der Polizei, die schon sehr stark kategorisieren, welche Menschen es jetzt ihre Lieblingsfeinde sind und wen sie vielleicht gerne mal ein Standverbot geben würden, wenn er ihnen nur einen Grund liefert und ich glaube, das war einer davon und den hat man dann halt vor den Bus geworfen, das ist wirklich, das ist meine Theorie, das kann ich nicht beweisen, was ich weiß aus Gesprächen mit Personen, ist, dass eben zum Beispiel, also vor allem das Fanprojekt wurde nicht gehört zu dieser Sache, die konnten da nicht noch irgendwie ihren Input dazu geben, entscheiden dürfen sie es eh nicht, am Ende wurde in diesem Hauruck-Entscheidung wurde dann ein Mensch ausgeschlossen und ich gehe da zu 100% mit, wenn die Ultrasene dann sagt und würde da auch jedes Mal wirklich selber meine Klappe dann halten für so lange, wie sie es vorschlagen, dass da für mich eine Grenze überschritten ist und das ist auch wirklich eine richtig schlimme Grenze, weil du kannst dann einfach, ja, einfach nur, weil der zum Beispiel Internet den Philipp Hausner hier nicht mal beleidigt, sondern weil er gesagt hat, hey, reichst du mal zusammen, wir müssen aufsteigen, dann kannst du auf den Namen schauen und sagen, hey, der gibt jetzt Hausverbot, wenn wir so anfangen. Das wird nicht passieren, aber für mich ist das wirklich eine Tendenz, eine Entwicklung, die ich sofort einbremsen wollen würde und deswegen war ich da auch sofort, als ich gehört habe, ich habe es halt auch verstanden, weil ich mit EGMS 2 stand, dass es darum geht, deswegen habe ich das auch sofort nachvollziehen können. Aber hättest du nicht zum Beispiel auch in dem Moment, wo du es rausgefunden hättest, mal rausgehen können zu unserem Sicherheitsbeauftrag, du bist ja vermutlich auch mit ihm per Du und mal sagen können, ja, was soll der Scheiß? Das ist ja das Problem, also wir haben eben, also man hat, es wurde durchgesagt über die Lautsprecheranlage, es wurde jemand ausgeschlossen, blablub, und wir supporten es in der ersten Halbzeit nicht, das kam überall an, aber die genauen Hintergründe, die habe ich auch erst nach dem Spiel erfahren. Also die haben, glaube ich, teilweise 80% von den Ultras wahrscheinlich erst nach dem Spiel erfahren. Es mussten wenige Leute in der Entscheidung treffen, wie sie jetzt damit verfahren und ja, Ultras sind halt auch relativ hierarchisch, also am Ende, wenn ich Führung trinke, ist bestimmt, macht der Rest auch mit. Hat Vorteile, so ein Spruchband ist auch schnell gemalt, also man hat es ja dann gelesen, ich dachte sogar, dass es noch kurzfristiger war, ich glaube, ursprünglich die Gerüchte, dass es ausgeschlossen wird, gab es schon eine halbe Stunde vor Beginn, so wirklich final bestätigt, war es erst fünf Minuten vorher. Also ich habe das Ganze nicht mitbekommen, wie genau das jetzt passiert ist, aber im Nachhinein habe ich mich sehr lange auch im Fanprojekt mit Leuten unterhalten. Ich habe da auch dann schon gehört, dass ja, man vielleicht auch nicht weiß, ob man beim nächsten Mal vielleicht nicht nur anders kommunizieren würde, sondern was du, glaube ich, über die letzten Wochen im Discord geschrieben hast, oder mehrere Leute, dass man vielleicht erst beim nächsten Mal hier einen Boycott macht oder vielleicht nicht ganz lang. All diese Sachen, du hast eine Entscheidung getroffen und mit der stehst du, deswegen steht da auch nichts in der Stellungnahme, glaube ich, groß drin, weil zu der Entscheidung musst du stehen. Du kannst jetzt nicht im Nachhinein groß sagen, hey, wir haben hier einen riesen Fehler gemacht, weil ich glaube, das passt auch nicht ins eigene Selbstverständnis. Wie gesagt, ich finde es auch nach wie vor richtig, dass man hier klar entgegentritt dem Verein und da eine Front zeigt. Was natürlich der Sache geschadet hat, ist so, dass offensichtlich wurde, dass es eben keine geeinte Front der viel zitierten Jahn-Familie ist, sondern dass die vielleicht schon ein paar Risse hat und das ist dann ein anderes Thema, glaube ich, was man gesondert mal betrachten muss. Ich glaube, da muss mal eine Sonderfolge her, aber ich kann nur aus Politikersicht sagen, wenn es eine Demo von meiner Haustür geben würde, wo alle immer nur sagen würden, ich bin so unzufrieden, ich bin unzufrieden, ich bin unzufrieden, werde ich nichts machen, weil ich habe keine Ahnung, warum du unzufrieden bist. Deswegen muss aus meiner Sicht eine Protestaktion klar kommuniziert sein, warum es so ist. Ich glaube auch nicht, dass Philipp Hausner in der ersten Halbzeit oder unser Sicherheitsbeauftragter in der ersten Halbzeit vom Ingolstadt-Spiel gewusst hat, dass es gegen ihn geht. Also soweit ich weiß, ich weiß nicht, wie weit das eskaliert wurde vor dem Spiel, aber der Draht grundsätzlich von unseren Ultras, vor allem von der Führungsebene Ultras zu unserem Geschäftsführer früher, Christian Keller, jetzt Christian Hausner, ist jetzt nicht so lang, sag ich mal, ist jetzt auch nicht super kurz, aber ich glaube schon, dass es bis bei Philipp Hausner aufgeschlagen ist vom Spiel, aber Philipp Hausner hat das gemacht, was Christian Keller glaube ich früher auch immer gemacht hat, er hat halt seinen Mitarbeiter in Schutz genommen und gesagt, der wird schon das Richtige tun und wollte halt auch nichts über das Knie brechen, kann ich normalerweise verstehen, aber in solchen kritischen Entscheidungen ist es halt schwierig, wenn ja, ein Sicherheitsbeauftragter, der meines Wissens zumindest nach wie vor nur ehren- beziehungsweise nebenamtlich angestellt ist, solche Entscheidungen, solche weitreichenden Entscheidungen antrifft und vor allem halt, also klar, der hat die Entscheidungsgewalt, das ist sein Job mehr oder weniger am Spieltag, aber ja, mit Traditionen bricht, blöd gesagt, also mit inkabierten Prozessen bricht und vielleicht auch getäuscht durch die Polizei, so heißt es zumindest im Nachgang, dass die das viel schlimmer dargestellt haben, als es eigentlich war, aber dann würde sich, man würde sich natürlich aus Ehrsicht wünschen, dass sich die Verantwortlichen erstmal hinter sie stellen, bevor sie sich hinter Behörden stellen, weil sie ja eigentlich die Leute auch kennen und wissen, sie machen eigentlich keinen großen Schmarrn und andererseits, und darauf möchte ich hinaus, weil das, was die Ultras an den Hausner und an die Prozesse stört, stört wahrscheinlich die Halb-Normalos, also ich sage jetzt mal jemand wie mich, der nicht jedes Mal Auswertsfeld fährt, aber trotzdem irgendwie in einem Fangclub organisiert ist, aber nicht in S2 steht, sondern wenn dann in S3, die erweiterten, die zwar auch immer, also so gut wie es geht, dabei sind, schon seit was weiß ich vielen Jahren, aber halt nicht die Allesfahrer und was weiß ich sind, aber in dem Moment fühlten sich die Leute auch in der Kurve übergangen, weil ihre Meinung nicht angehört wird und das ist dann vielleicht ein Nachteil des hierarchischen Prozesses in der Demokratie, man sieht es immer wieder, dauert alles 100 Jahre, bis man irgendwie mal in den Komma setzt, sind zwei Jahre vergangen, da hätte man wahrscheinlich nie auf eine vernünftige Entscheidung kommen können und manchmal muss UR wahrscheinlich auch vor allem auswärts schnell reagieren, dann ist es hierarchisch besser. Ich hoffe einfach, dass jetzt jeder daraus gelernt hat und ich habe im Discord genug gepoltert, wer das nachlesen will, kann das ja machen und am Ende hoffe ich, dass man sich alle wieder versöhnt und es beim nächsten Mal einfach besser macht und nicht nur UR, sondern auch die Fans S1, S3 und vor allem natürlich auch der Verein. Ich habe selbst noch nicht mit Vereinsleuten über dieses Thema reden können, wenn ich mal wieder länger auswärts dabei bin, schnappe ich mir den ein oder anderen Mal und frage, was da los war. Ich möchte auf zwei Dinge kurz eingehen, weil du gesagt hast, dass sich der Verein hinter unterstellt, mir geht es da gar nicht, also mir persönlich, wie ich mir das gewünscht hätte, wie das besser funktioniert ist, eigentlich nicht, dass man eine große Partei ergreift bei so einer Diskussion, sondern halt eben alle anhört. Also das ist für mich elementar wichtig und wenn das nicht gemacht wird, dann fehlt es bei mir auch am Verständnis. Das muss auf jeden Fall von Vereinsseite hoffentlich daraus gelernt werden, dass man nicht partout einer Seite glaubt, das heißt auch nicht partout mehr wegen den Ultras glauben, sodass man sich vorher nüchterne Sache anhört und nicht einfach spontan über Hausverbote entscheidet, weil das haben wir früher auch nie gemacht. Also das ist halt einfach wirklich, das ist ein Novum gewesen, Regensburg und ich bin da auch schon eher einer von der Kategorie, ich möchte es nicht während den Anfängen sagen, weil es irgendwie falsch konnotiert ist oder du weißt, was ich meine, ich kann es gerade nicht besser ausdrücken, um lange zu überlegen. Rote Linien dürfen nicht überschreiten. Genau, rote Linien würde ich da jetzt nicht irgendwie überschreiten oder neu ziehen. Und das andere ist, was du gerade noch meintest mit hier demokratischer Prozess, das wollte ich eigentlich das ganze Wochenende über deinen Discord schreiben, habe es bis jetzt nicht gemacht, das kann ich jetzt schön hier bringen. Ihr glaubt doch nicht, dass, also auch wenn, egal welche Schlüssel man daraus zieht, aus dem, was passiert ist, Ihr glaubt doch nicht, dass beim nächsten Mal hier vorher im Discord eine Umfrage gemacht wird, wie jetzt der Pakot stattfinden, wie der quasi wieder aussehen soll. Nein, aber dann ist sowas wie der Hans-Jakob, dann ist sowas wie der Hans-Jakob-E.V. um Akkulatur. Nee, sehe ich auch nicht so. Also grundsätzlich, das ist für mich schon auch wichtig klarzustellen, meiner Meinung nach gibt es kein Recht, nur weil ich mir eine Karte kaufe zu einem Fußballspiel, dass die Menschen dort in diesem Stadion, die nicht auf dem Platz stehen, für mich irgendwie Entertainment machen, weil das ist bei vielen, habe ich schon das Gefühl, das ist der Eindruck. Nein, nein, um die Leute rede ich ja gar nicht. Die Westgrantler und die außen in S1 und S3 stehen, sind mir auch egal, ja. Aber die halb organisierte Szene, da werde ich ja vom Vorsänger auch angeschrien, jetzt macht's mal die Hände hoch und da wird auch von mir erwartet, wenn ich in S3 gehe, ich soll da mit supporten und ich nehme mir das auch zu Herzen. Wenn aber dann am Ende meine Meinung scheißegal ist, warum sollte ich dann noch quasi mich da ständig anschließen und angesprochen fühlen? Also ein bisschen Fingerspitzengefühl für diese Leute, die versuchen, den Support weiterzutragen, hätte ich mir schon gewünscht, dass die Kritik völlig gerechtfertigt ist, dass in dem Statement steht, dass da auf einmal Leute gepfiffen haben, die sonst die Fresse nicht aufbekommen. Stimmt, aber es gibt auch Leute, die versuchen, die außerhalb von S2 versuchen, alles zu geben und ja, die hat man da so ein bisschen auch belächelt und das finde ich halt schade. Ich gehe damit mit und also ich möchte mich auch entschuldigen, gerade weil da die Optionen hoch waren, ich habe da sicher auch mal ein paar Statements abgelassen an dem Wochenende im Discord, die vielleicht sehr negativ gegenüber den Leuten waren, die sich immer einen Arsch auf Reisen in S1 und S3 gibt. Die schaffen es meistens nicht, beziehungsweise man schafft es nicht mehr im S1 und S3 mitzureisen, also es liegt ja nicht an den Leuten, in S1 und S3 liegt ja auch Du glaubst gar nicht, wie dumm du dir vorkommst, wenn du gegen Sandhausen im S3 voll supportest und neben dir schaut dich jeder an, als würdest du in der Oper stehen und ja, wir könnten auch in S2 gehen, hast du vollkommen recht, aber eigentlich war eben die Idee, du stellst dich... um im S1 und S3, oben im S2 ist es teilweise genau das gleiche Bild, also das muss ich auch mal klarstellen, es ist jetzt nie nicht irgendwie so Klassenkampf zwischen den Blöcken, auch im S2 gibt es genug, die wir mal auch nicht aufkriegen. Worauf ich jetzt noch raus will, wir waren gerade beim, glaube ich, dass deine Meinung quasi auch gehört wird, oder? Nein, ich will eigentlich nicht, die Meinung gehört wird, aber ich finde, es ist halt ein bisschen unsensibel weitergegangen, vielleicht wäre eine Idee, dass man über diesen Hans-Jakob-EV, und ich glaube, ich muss uns selber an die Phase fassen, weil wir sind da nicht drin, glaube ich, aber es gab ja zum Beispiel auch den SMS-Verteiler für diese Busfahrten, wo auch erweiterte Leute von UER drin sind, dass man vielleicht sowas auch nächstes Mal als Kommunikationsmittel nimmt. Aber das funktioniert nicht spontan vom Spiel, es funktioniert in Zukunft, dafür funktioniert auch der DSK dafür, ich glaube auch, da wird auch wieder was drinstehen, vielleicht zu dem wahrscheinlich Statement abgedrucktes im Internet. Aber ja, worauf ich noch raus möchte, ist, ja, ich verstehe dieses Ansinnen, aber ich finde, man hat ganz gut gemerkt, eigentlich sowohl am Statement als auch am Spieltag selber noch, dass UER schon die Masse auf der Hans-Jakob-Tribüne wichtig ist, diese Jahn-Familie, weil man hat eben sich nicht hingestellt mit, wir machen unser Ding und ihr könnt ja machen, was ihr wollt, beziehungsweise hier, wer hier sogar versucht zu supporten, der kriegt von uns einen aus dem Maul so ungefähr. Es kann sein, dass der ein oder andere über das Ziel hinaus geschossen ist, aber es war glaube ich eher ein Randfigur. Die Führung von UER, die halt auch wirklich das Mikro an der Hand gehabt hat oder für die dann gesprochen wurde mit dem Mikro, hat ganz klar zu verstehen gegeben, es steht jedem frei zu supporten. Das hat vielleicht im Statement ganz am Anfang gefehlt, beziehungsweise hätte da noch deutlicher sein können, aber wir machen es jetzt für uns als Gruppe und wie gesagt, das betrifft ja erstmal nur die Gruppe und jedem, der sich anschließt und da muss ich keine große Abstimmung vorher machen. Das geht auch zeitlich gar nicht. Du kannst nicht immer erst drei Wochen später protestieren gegen etwas. Du hast, weiß ich nicht, kann man schon, wäre ja ein Zeichen, wenn du gegen 60 vielleicht einfach nicht ins Stadion gehst. Aber dann ist halt die Frage, ist die Solidarität dann noch groß genug, dass man sich dann so ein Spiel verpasst? Aber das ist wirklich ein Thema für eine Sonderfolge. Ich wollte dir nur sagen, es ist mir vollkommen klar, dass es keine Demokratie in diesem Prozess geben kann, aber das Gefühl des Nicht-Erhört-Werdens und meine Meinung wird übergangen, führt bei Leuten wie mir oder auch, weil ich ja ähnlich denke wie bei meinen Fanclub, dazu, dass du dich halt einfach frustriert, dass du frustriert bist in dem Moment, weil du ja eigentlich da bist, um zu supporten. Keiner erklärt dir richtig, warum du nicht supporten darfst und dann fliegen irgendwie Fäuste von irgendwelchen Zwölfjährigen gegen dich, wenn du supporten willst. Das kommt vielleicht nicht aus dem Kern von UER, aber es kommt aus der Richtung, es kommt von Leuten, die hinter UER herdackeln. Keine Ahnung, in der funktionierenden Kurve werden vielleicht solche Leute dann einkassiert und nicht der pöbelnde Manfred. Und ja, da haben wir jetzt schon wieder viel zu viel drüber geredet, aber ich verstehe dein Gefühl und ich will aber Leuten wie dir auch erklären, wie wir ticken. Und nur wenn man weiß, wie man tickt, kann man irgendwann mal zusammenarbeiten. Du hast eingangs gesagt, Kommunikation ist King. Glaube ich auch. Da wird definitiv auch daran geachtet, dass wenn wieder irgend so ein Fall kommt, hoffentlich nicht, dass man besser kommunizieren kann. Und ich glaube auch, was du gerade noch gesagt hast, dass man diese Jahn-Familie, die viel zitierte, irgendwie besser kommunizativ geschlagen hat. Ich meine, es gibt ein Fanclub-Treffen von den, vom Fanbeauftragten mit allen Fanclubs, die, ja, ihre Mails lesen und auch auftauchen. Es sind nicht immer alle da. Es ist meistens eher nur so 70 Prozent, sage ich mal. Viele haben halt auch einfach keine Zeit. Aber das ist ein Ort dafür, aber für diesen Hans-Jakob-TV gibt es, glaube ich, noch nichts derartiges. Ich glaube, es gab mal ein offenes, ein offenes Gespräch, Versammlung, was auch immer. Kann ich mich nicht mehr genauer erinnern. Sowas ist auf jeden Fall was, wo man mal einfach Dinge äußern könnte, die vielleicht einen stören. Allgemein, weil ich glaube, es war auch sehr offensichtlich, nicht jeder, der da gepfiffen oder Mittelfinger gezeigt hat oder sonst irgendjemand gepöbelt hat an dem Tag, denen ging es um die Stimmung. Vielen ging es einfach nur darum, dass die Ultrascheiße finden. Ja, auch schwierig. Die werden wahrscheinlich dann auch bei sowas das Mauer nicht aufbekommen, aber wie gesagt, grundsätzlich glaube ich schon, dass es schön wäre, mehr miteinander zu kommunizieren. Da gehe ich auf jeden Fall mit. Wir sind halt auch in den letzten zehn Jahren brutal gewachsen. Früher hat man sich gegenseitig gekannt, weil man sich auch mal in Bars getroffen hat oder so. Jetzt kenne ich auch 70 Prozent der Leute, die im S2 stehen nicht. Donnerstag, offener Tag, im Fanprojekt eigentlich immer nachmittags. Da wird man auch nicht die komplette Ultraszene treffen. Da sind sogar sehr wenige Leute da. Ich bin meistens da. Kann man sich ein Autogramm von Philipp abholen? Ja. Ja, und ich wollte eigentlich noch Sticker ins Fanbrake schlägen. Da sind auch viele Nicht-Ultras da, wie ich meine ich, sondern eben, ja, da kann man generell Leute treffen. Und wie gesagt, ja, ich glaube, wir haben einfach auch ein bisschen das Problem, dass wir diesen Feelgood-Wunsch haben. Aber dass wir diese Jahnfamilie sein wollen, zumindest, in vielen Standorten gibt es das nicht. Nee, wir pübeln sich zehn UR-Gruppierungen gegeneinander. Ja, und auch generell, also Ultra und Normalo verträgt sich auf manchen eben einfach nicht perfekt. Diese Reibung hast du immer. Bei uns ist es einfach die letzten Jahre nicht so sehr aufgetreten. Wir versuchen halt hier Happy Family zu spielen und irgendwann merkt man, vielleicht ist es gar nicht mehr so Happy Family. Aber ich finde es gut, wenn man daran arbeitet, weil grundsätzlich bin ich ein Freund von Happy Family. Man streitet sich an Weihnachten und verträgt sich Neujahr. Passt. Gut. Gutes Schlusswort. Zum dem Thema, dann muss man noch ganz kurz tippen, die nächsten drei Spiele. Ich versuche übrigens am Donnerstag gegen ein Testspiel dabei zu sein. Ich hoffe, ich kann dann einen kurzen Nachbericht nachreichen. Mal schauen, ob ich die Spieler dann alle kenne. dass da die halbe zweite Mannschaft spielt und ich mit den Namen durcheinander komme. Aber die wichtigsten Partien natürlich Halle, Münster und 60. Was sagst du? Schafft man den Bock, um zu stoßen oder nicht? Also wie gesagt, gegen Halle sehe ich eine sehr große Chance, dass die sich wirklich zerreißen auf dem Platz und Vollgas geben. Also da rechne ich fest mit drei Punkten. Münster und 60, die ja auch zwischendurch echt gut gespielt haben. 60, jetzt glaube ich wieder ein bisschen nachlassen gerade. Zum Glück. Kann ich nach wie vor nicht einschätzen, weil da geht es halt um die Wurst, dass du denen auch Taten folgst. Also ich muss erst mal die Halle gewinnen. Aber ich sag mal, ich bin jetzt mal einfach Optimist und sage sieben Punkte. Da ist einer gegen Münster dabei, die anderen beiden gewinnen wir. Ja, wenn es nur drei Punkte oder weniger sind, dann glaube ich, müssen wir beim nächsten Mal über andere Teamen reden als Aufstieg. Sag ich auch ganz trocken. Ich bin Pessimist und Optimist und sag drei Punkte. Wir sind völlig, also wir sind angepisst über nur drei Punkte, sind dreimal unentschieden und haben aber dann trotzdem noch eine Chance, weil wir eben Münster auf Abstand gehalten haben oder genau. Aber Münster ist bis dahin vorbei, wenn du zweimal unentschieden spielst. Ja genau, also genau, aber wir sind dann auf Platz vier. Sandhausen ist in unserem Nacken, Münster ist auf Platz drei und wir stehen da und sagen, jetzt müssen wir aber gegen Ulm und Dresden gewinnen. Das muss man auch nicht vergessen, Haching hat noch ein Spiel weniger, das ist ja hier auf deiner Grafik auch noch mit drauf, auf Platz sieben. Die können auch noch quasi zwischen Münster und Sandhausen rücken, wenn sie das nach Die müssen wir dann auch noch gewinnen, ja. Alles nicht so einfach. Genau, aber ich glaube, ich glaube, wir haben übrigens drei Aufsteiger, die da oben mitmischen. Das ist auch ziemlich verrückt, finde ich. Ja, ich meine, wir sind schon über eine Stunde und das bringe ich dann die nächsten Male an, aber wenn Ulm aufsteigt und Münster aufsteigt und Sandhausen aufsteigt, kotze ich im Kreis, weil dann hast du nämlich solche wirtschaftlichen Konkurrenten, die um dich rum schwirren, wieder stärker gemacht und bist selber nur in der dritten Liga geblieben. Aber das zu einer anderen Ausgabe, aber jetzt habt ihr ja letztes Spielpause, habt ihr genug Zeit gehabt, über eine Stunde Podcast zu hören. Danke, Philipp, dass du dir Zeit genommen hast. War mir auch wichtig, eben dich heute einzuladen, weil du ja mit einem anderen Braun ja am ultranähesten bist. Oh, da würde ich gar nicht sagen. Also wenn es um dieses Thema geht, ganz kurzer Exkurs noch. Der andere Braun war zum Beispiel auch gar nicht mal so begeistert vom Kuppercut. Also da gibt es schon auch in meinem Freundeskreis unterschiedliche Meinungen, aber ich finde es halt auch wichtig, dass man ja da ein paar Sachen klarstellt, wenn nicht jeder die vollen Kenntnisse hat und dass man vor allem auch miteinander spricht. Und deswegen danke für die Einladung und ja, unter einer Stunde geht doch mit meiner Beteiligung Ihnen. Ja, da hast du auch recht. Tschüss, tschau. Zum Abschluss noch ein bisschen längerer Unterstützerdank als sonst. Hab ja schon länger nicht mehr den Leuten persönlich gedankt, wegen denen ich mir das finanziell noch leisten kann, dieses Hobby. Und zwar wie immer Paul und Sonja aus Vilshofen, ihr seid der absolute Oberhammer. Euer letzter Überweisungsbetreff war ganz witzig, habt mir auf jeden Fall ein Lächeln gezaubert. Schmerzensgeld für die Fahrt nach Mannheim. Ja, ich war auch da sehr konsterniert. Gut, dass ich nicht nach Lübeck gefahren bin, weil sonst wären die Schmerzen noch größer, glaube ich. Obwohl ich den Crown schon gerne mitgenommen hätte, aber irgendwie habe ich es mich nicht aufrafen können, nach Lübeck zu kommen. Die Paula sendet uns rot-weiße Herzen, die zurück. Fettes Merci auch an unseren Fotografen Johannes Gatzka, der auch einen ordentlichen Batzen überwiesen hat und der selber mit Herzblut dabei ist und wahrscheinlich selber sehr viel Geld investiert für diesen Verein, für sein Hobby. Danke, Johannes, an der Stelle und alle, die ihn noch nicht abonniert haben, abonniert ihn. Ich habe ihn verlinkt auf unserer Seitenleiste bei 1889fm und unter den Beiträgen auf Instagram, wo ich seine Fotos auch verwenden darf, kostenlos, ist er verlinkt. Bitte abonniert ihn auf Instagram. Florian M. sendet ein Kistel Eichhofner, Merci dafür, jetzt ist ja bald die Sweater wieder dazu. Ich habe auch den vorletzten Trumpfunk-Team im Stadion einen ausgegeben, das war aber leider nicht Eichhofner, aber der kommt schon noch. Oliver schreibt weiter so, dann unkommentiert Michael, Florian Z., Thomas, Bastian und auch ein Robert. Freut mich natürlich, wenn der Namensvetter auch spendet. Die Dauerspender, Julian, Philipp, Tom und die, die nicht genannt werden wollen und alle Steady-Abonnenten natürlich. Ein fettes Merci. Es gab auch schon eben Sticker, die ich euch zugeschickt habe. Einige haben schon bekommen, ich weiß gar nicht, 15, glaube ich, 15 Briefe habe ich rausgesendet. Wenn ich jemanden vergessen habe, der dieses Jahr gespendet hat, schreibt mich an. Ansonsten alle, die 5 Euro oder mehr spenden und ihre Adresse im Verwendungszweck angeben, bekommen ca. 10 1889 FM-Sticker nach Hause geschickt. Ist mal ein cooles kleines Gimmick, glaube ich. Und wenn ihr mich am Stadion trefft, habe ich vielleicht auch welche dabei, obwohl ich manchmal verblahmt bin und sie vergesse mitzunehmen. Ich versuche auch noch welche ins Fan-Projekt zu legen, aber wenn ihr sicher welche haben wollt, dann spendet 5 Euro oder unterstützt den Podcast und mich mit 5 Euro, wie das geht, in den Shownotes oder auf 1889fm.de unter Unterstützen. Und somit nochmal fettes, fettes, fettes Merci an alle, die irgendwie an diesem Projekt beteiligt sind, finanziell als Gast und ja, auch danke an den Verein für die Gäste immer. Das war es erstmal mit dem vielen Dankes Hymnen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Leute, 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 Leute Vielen Dank.